Der Bombenanschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn im Jahr 2000 bleibt unaufgeklärt. Mehr als 20 Jahre später hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe nun den Freispruch eines Mannes bestätigt, der 2018 am Landgericht Düsseldorf angeklagt worden war. Im Sommer 2000 war am Bahnhof Wehrhahn eine Bombe explodiert, die zehn Menschen verletzte und ein ungeborenes Kind im Mutterleib tötete. Bei den Opfern handelte es sich um Sprachschüler aus Osteuropa, die teils jüdischen Glaubens waren. Daher vermuteten die Ermittler bei der Tat einen rechtsradikalen Hintergrund. Der später Angeklagte geriet schon früh ins Blickfeld. Der Verdacht bestätigte sich zunächst aber nicht. Später wurden die Ermittlungen gegen ihn wieder aufgenommen, denn der Mann soll mit der Tat geprahlt haben. Beim entsprechenden Prozess vor dem Landgericht reichten die Indizienbeweise aber nicht für eine Verurteilung aus. Der Mann wurde freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft legte Revision beim BGH ein. Die Bundesanwaltschaft, die vor dem BGH anstelle der Staatsanwaltschaft auftritt, schloss sich diesem Antrag allerdings nicht an. Der BGH wies die Revision nun zurück.